Schön, dass du hierher gefunden hast zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Lebenskraft-Coach aus absoluter Leidenschaft. Seit über 20 Jahren darf ich Menschen helfen, wieder in ihre Lebenskraft zu kommen. Und das Ganze geht über fünf Bausteine. Einmal über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining. Wie gehst du mit Stress um und wie sehr bist du wieder in der Anbindung an die Kraft, die durch alles in diesem Universum durchfließt, an die Ursprungskraft, die natürlich gekoppelt ist mit deinem Herzenergiefeld. Wir leben gerade in sehr, sehr schwierigen Zeiten. Viele Menschen fühlen sich nicht in ihrer Balance. Hier auf meinem YouTube-Kanal findest du nicht nur super wertvolle Informationen rund um diese fünf Bausteine, die auch dich wieder in deine Lebenskraft bringen, sondern es erwarten dich auch ganz spannende Interviews. Also, ich danke dir von Herzen, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst, erfahren möchtest, dann schau auch unbedingt in den sozialen Medien nach. Du findest mich auf Instagram und Co. Und natürlich auch auf meiner Webseite findest du viele wertvolle Informationen unter www.kerstin-hardt.de. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt viel Spaß hin auf deinem Weg zu mehr Lebenskraft.